Und damit herzlich willkommen zurück, äh, ich hab den Partort noch nicht gehando egal, das hier wird nur ein Speed-Part, wir sehen uns dann gleich wieder, weil wir sind hier auf der Insel gespawr thr Na-na-na-na-na-na-na... Musik Musik Und damit herzlich willkommen zurück Ich nehme jetzt noch 10 Minuten auf Freddy nicht Ist ja auch keine Pflicht Kartoffeln einbauen Ja, warte, kriegst du die Kartoffeln hier, komm her Oh, es lag gerade bei mir extrem Wo bauen wir die denn an dann? Hier, guck mal Jörg, ich kotze dich an Er ist weggegangen So ein Assi Aber du bist mir die nicht Ich bin auch für die Landwirtschaft hier zuständig Weil Jörg sie haben wollte Wollen wir eine Reihe Karotten wegmachen? Oder wie? Mach einfach wie du denkst, du bist der Mann Ich will eure Meinung wissen Ja, ist mir recht So, wir haben nämlich jetzt gerade aus dem anderen Biom Wie ihr gesehen habt Dingens rausgeholt Baumsetzlinge Und auch ein paar Also Jörg hat Baumsetzlinge und dunkles Aufford geholt Oder wir können noch eine Reihe Getreide wegmachen, oder? Ja Ja, Weizen weg mach ich dann hier mal Weil Jörg hat uns Holz geholt und Saplings Und er hat uns auch zwei Möhren gegeben Also zwei Karotten gegeben, die er nicht tragen konnte Die er mir einfach zugeworfen hat Als wir nicht aufgenommen haben, sondern geschrieben haben Das tut mir natürlich sehr leid, dass wir da was verpasst haben bei Ah, da war Jörg einfach zu übereifrig Tut mir echt leid Kann ich alles haben? Genau Wenn auch ein bisschen Ich geh jetzt an Mach das Ich mach mal ein paar neue Kartoffeln, indem ich Freddy, was findest du Schöne? Das alte Holz oder das neue? Äh, altes Nein, das neue Das dunklere Gut Ich nehm mich auch Muss ich ja ehrlich zugeben, ich find das geil Ich feier das Holz so ein bisschen Ich höre das dann auch außen für die Dachziegel haben Was einfach schön aussieht Ich hab jetzt übrigens keinen Timer Aber der Part kann ja ruhig ein bisschen länger als 10 Minuten gehen Weil ich eh gleich weg muss Fällt mir grad auf? Sagen wir mal um Ähm Zwölf nachhörig auf Ich seh grad unten bei mir in der Taskleiste die Zeit Es wird schon wieder Abend Dann kann ich auch aufhören, wenn's nacht ist Nährterstein packe ich einfach mal in verschiedenes Ne Mach das Ich weiß nicht, als kann ich noch schnell schmelzen Nährterstein kann man anzünden und das brennt ewig übrigens Nährterstein kann ich auch gleich benutzen Genau Eine Idee sponsert bei den Tischi So, dann tausche ich das nochmal kurz aus Und wir nehmen dann morgen wieder auf, ne? Jo Wir haben zwar schon viel zu viel für die nächsten drei Wochen oder so Weil wir nicht jeden Tag hochladen, aber Ganz ehrlich Wir versuchen es Wir können so extrem in Vorproduktion gehen, das ist hier scheißegal Ich mag Vorproduktion Ich bock das einfach live zu streamen, aber es geht ja mit dem Intiddle Healer ja nicht Ja, mit meiner Doch, also mit deinem ging's wahrscheinlich sogar Halbwegs, nicht gut, aber halbwegs Und machen sagst du Hm, kann man machen, ja Ich versache gerade schon wieder, ich werde angerufen Ist das gut so aus, oder ist das eins zu hoch? Ich weiß nicht, ich seh jetzt nicht von hier aus Weißt du doch Mein Render Distance ist doch Low ist, was geht? Ja, komm doch kurz ran Ja, mach ich gleich Ich würde das Dach fertig kriegen Ja, der Kamin sollte nicht brennen, oder? Warum? Also, er sollte nicht brennen, so, dass es so aussieht, dass würde er brennen Nein, vielleicht nicht Dann mach ich das lieber noch ein tiefer Man soll so nur sehen, dass es qualmt, sozusagen Das ist ja auch nur sozusagen eine Schönheitsoperation So wie alles, was ich eigentlich mache Na gut, Leute, ich verabschiede mich dann schon mal Ich finde so ausgenommen ganz schön Und hoffe, es hat euch gefallen Freut euch auf den nächsten Part Und, ja, bis zum nächsten Mal Tschüss Ist das hübsch? Ja, ist hübsch Ist in unserem Wald Ja Wir haben dafür das gebraucht Äh, weiß nicht, ein paar Minuten Und stopp Jürg Jürg Hat der irgendwas Wichtiges in die Luft gesprengt? Was? Der Creeper, der gerade explodiert ist Nee Gut Ich hatte schon Angst Alter, sind hier viele Monster Ich mach die Aufnahme da ins teles convenient Oh, Enderman, 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 Enderman Ich hab die Aufnahmen noch laufend Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot Ich bin gleich tot, 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 tot. Meine Aufnahme läuft noch. Nee, keine Waffe mehr. Wir könnten die Aufnahme eigentlich auch einfach so laufen lassen. Wieso hast du keine Waffe mehr? Ja, kaputt gegangen. Jörg, hast du meine Sachen mitgenommen? Die liegen nach drinnen, glaube ich. Nein, hast du nicht, gut. Hauptsache ich hätte auf der ganzen Wanderung die 10 Diamanten mit. Na, ne sagt Quartz jetzt. Liegt dein Crap auch noch hier unten drin? Nee, ich bin nicht gestorben. Achso, waren nur meine Klamotten, ja. Ich brate hier essen. Okay, cool. Ja, er hat zum Glück ganz knapp nicht unsere Kisten zerstört, alter. Wer? Der Creeper? Das ist noch eine Expedition, Scheiße, Mann. Die hab ich gleich gesehen. Ich dachte, das war der. Nee, ich hab jetzt gedacht, der da hinten, wo du gestorben bist. Ich geh slack grad ein bisschen bei mir. Hast du die ganzen Tiere getötet? Welche Tiere? Ja, die, das Fleisch, was wir hatten. Achso, unterwegs. Ich dachte, du hast jetzt unseren ganzen Dings ausgerottet. Nee, steht da auch alles noch. Ja, hab ich nicht drauf geachtet. Ich hab übrigens noch ein bisschen Landerstein, wie soll ich den denn packen? Weiß ich noch nicht. Ich werde jetzt erstmal... Ähm, Jörg, hast du die Saplings schon angebaut, zufällig? Dann werde ich nämlich jetzt erstmal das bisschen Holz, was ich habe, und was du hoffentlich auch nicht... Der ist gleich noch weiter auf gerade? Ja, ich nehm noch weiter auf. Okay. Ich werde jetzt auch noch weiter richtig aufnehmen. Wie lange... Hat die jetzt eigentlich nicht vor? Ich weiß nur noch nicht, wie lange. Bei Holzsachen. Okay, danke. Ich beende jetzt auch erstmal den Part. Bis gleich.